Das Splittern oder Springen vom Holz beim Eindrehen einer Schraube haben sicherlich die meisten schon mal erlebt. In diesem Video zeige ich zwei einfache Methoden, wie man das verhindern kann. Insbesondere bei dünnen Hölzern oder wenn dicht am Rand geschraubt wird, passiert das Zersplittern schnell. Das lässt sich häufig verhindern, wenn die Spitze der Schraube entfernt wird. Beispielsweise mit einem Seitenschneider. Hier sieht man jetzt, dass die Fasern des Holzes mit der stumpfen Schraube sauber verdrängt worden sind, ohne dass es zum Splittern gekommen ist. Das gleiche gilt übrigens auch für Nägel, die ins Holz geschlagen werden. Auch hier kann die Nagelspitze entfernt bzw. etwas abgestumpft werden. In der Regel reicht es bereits, wenn die Spitze mit dem Hammer leicht stumpf geschlagen wird. Die zweite einfache Methode, um zu verhindern, dass das Holz springt, reißt oder splittert, besteht im klassischen Vorbohren. Dazu bohren wir mit einem Holzbohrer, der einen etwas geringeren Durchmesser als die Schraube aufweist, in das Werkstück. Für die Tiefe des Bohrlochs kann als grobe Faustregel gelten etwa zwei Drittel der Schraubenlänge. Auch mit dieser Methode wird das Splittern wirkungsvoll verhindert. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.